Viele Menschen lieben eine bestimmte Konsistenz bei ihrem Frühstücksei, aber leider klappt es nicht immer. Daher wollen wir euch hier zeigen, worauf man achten muss, wenn man ein perfektes weiches, wachsweiches oder hart gekochtes Ei bekommen will. Um die richtige Kochzeit zu bestimmen, sind im Grunde nur zwei Dinge wichtig, die Größe und die Temperatur der Eier. Warum das so ist und wie ihr die richtige Kochzeit herausfindet, wollen wir euch jetzt zeigen. Eier können in ihrer Größe recht stark variieren. Gibt man sie in kochendes Wasser, wird die Hitze von außen nach innen vordringen und es geht natürlich beim kleinen Ei viel schneller als beim großen. Das heißt, unser kleines Ei ist nach drei Minuten weich gekocht, während das große noch fast roh ist. Um die Größe der Eier zu bestimmen, müssen wir die Eier nur wiegen. Unser Ei hat hier beispielsweise 56 Gramm. Zur einfacheren Bestimmung der Kochzeit teilt man die Eier in vier Größenklassen ein. Klein, mittel, groß und sehr groß. Unser Ei hatte 56 Gramm, das heißt es hat die Größe mittel und damit die Gewichtsklasse M. Um die perfekte Kochzeit herauszubekommen, braucht ihr diese Tabelle. Wer sie in Ruhe ansehen will, kann das Video anhalten oder auf den Link in der Videobeschreibung klicken, um die Tabellen auszudrucken. Wir wissen, dass unsere Eier M, das heißt mittelgroß sind. Da wir sie im Kühlschrank lagern, nehmen wir die mittlere Tabelle. Jetzt müssen wir nur noch die Zeit für die weich gekochten Eier ablesen, das wären hier 4 Minuten und 30 Sekunden. Nachdem wir nun die optimale Kochzeit wissen, pieken wir die Eier vorher an, damit die Schale nicht platzt. Außerdem haben wir die Gewichtsklasse vorsortiert, so haben alle dieselbe Kochzeit. Das Wasser sollte sprudelnd kochen, sodass es möglichst wenig Abkühlung beim Einliegen der Eier gibt. Legt sie vorsichtig hinein, damit die Schale ganz bleibt. Jetzt braucht ihr nur noch den Countdown auf dem Smartphone, starten und abwarten. Sobald die Zerab gelaufen ist, gießen wir das Wasser ab. Anschließend kommt noch kaltes Wasser zum Abschrecken auf die Eier. Damit sind wir am Ende und können unsere perfekt gekochten Eier genießen. Wer die Anleitung samt der Tabellen für die Kochzeiten in Ruhe nachlesen will, findet wieder in der Videobeschreibung den Link zum Artikel. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich wünsche euch einen guten Appetit.